und damit halli hallo hier ist mal wieder euer kurasubu ja wie ihr seht es geht heute in youtube ist live, ne wir haben gerade wieder ein schönes video gemacht und ergebnisse ja es war nicht so doll ich gebe zu, ich gebe zu, aber 4k, doch 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 eigentlich ganz schlecht war das nicht das video wo ich dachte wir wären so schlecht? ich bin jetzt verhört egal wir gehen arbeiten wir müssen ja irgendwie geld mal hier reinkriegen, 4 stunden sollte reichen so und dann gehen wir da hin raus in die freie welt ok da kommen wir auch schon wieder ich würde sagen kleine schläfchen und was essen währenddessen dürfte das video dann oben sein und wir können das neue machen aber ich möchte eigentlich immer noch diesen kurs beenden wann ich irgendwann mal dazukommen werde, wir werden sehen sooo ach nur auf youtube, da auch ja, wie ist denn mein rang? zwischen network, ach es gibt auch networks? oh ok das möchte ich mir ja auch mal her verraten, ach da bin ich Platz 51, ja ich schaue es mir nicht mehr an, ich bin jetzt depressiv, ich gehe jetzt gleich wieder ins bett, das ist kein sinn mehr, äh, jetzt mal ein bisschen brot, wir müssen jetzt sparen, jetzt müssen wir auf die media glaube ich hätte mal gehen müssen, ne? genau so, wie toll ist denn die tolle neue microsoft z-box nee warte, z-box 360, das ist die neue ach menno ach, das geht aber nicht ich hab jetzt zu gerne auf let's pass gemacht ich hätte früher nämlich auch einen, also ich hätte sowohl die erste als auch die 360 ach, die wurden nicht, da ist dann nichts mehr dafür habe ich jetzt, äh, habe ich jetzt ein, 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 ähm, konkurrenzprodukt ja, nennen wir es so so, ähm, tanzenbegrüßung, das ist doch mal was, ja, tanzen wir mal ein bisschen fürs Publikum ähm, sag kastischer Kommentar genau, wieder ein bisschen Nachbearbeitung ähm, ich hab das Gefühl, Nachbearbeitung ist ihm wichtiger als manchmal andere Sachen hier oben ähm, was eine einfache Aufgabe bewältigt feierlicher Schrei äh, nicht so okay ähm mhm, 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 mhm sind wir zur Kommentar oder hier wir brauchen, ja, das brauchen wir meistens, Krypto-Entreaktion zack, sehr schön hier haben wir eh nur einen zur Auswahl dann nehmen wir auch den und zur Verabschiedung winken der Verabschiedung, denke ich, ist das sinnvollste und weiter geht's zu Nachbearbeitung, so ah, ich sehe schon wieder Funken ich könnte, ich könnte jetzt gerade wooh, okay ähm, dis 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 ja, dann habe ich auch keine Verbindung ja, aber anders, 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 anders Nee, anders geht's nicht, müssen wir so machen, leider. Dann holen wir jetzt da mal ein paar Punkte rein. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hasse meinen Rechner und er hasst offensichtlich mich auch. Naja, komm, schon, reparieren. Ich hab mir da vor kurzem erst einen neuen gekauft. Dropsing macht jetzt wieder sowas. Okay, da warten wir ein bisschen. Achso, Essen einkaufen machen wir auch im Internet. Ey, was bist du? Ey, jetzt mal essen hoch. Eee. Ja, dann müssen wir halt so essen. Ich fährt mal auf, müssen wir hier rein, so. Zwischen haben wir hier auch mehr Gerichte. Ja, wir haben noch ein Sandwich. Ich muss die Sandwiches dran glauben. So, wir sitzen so lange den Kurs dann noch fort. So, ja. Ach, das Tier hat man damals. So, Ruhlpwohner. Irgendjemand hat man da noch. Ruhlpädel, glaube ich, hat man damals zu tun, ne? Kommt eine Veranstaltung und nichts. Ah, okay. Wir gucken wieder ganz angeschränkt in dieses absolut leere Buch. Und da halt ein endloses Wissen wird macht. Du, was ist das denn? Also, die Mauerlische Abrechnung. Ja, ist okay. Das ist okay. Irgendjemand sieht man doch jetzt auch eine eigene Wohnung zu kriegen, ne? Wie mache ich das denn eigentlich? Ich kann nicht jetzt sagen, ich möchte ausziehen, arbeiten. Dein Zuhause. Dein Zuhause. Zwei Zimmerluft. Gott, aber monatliche, ne? Hier, ne? Ja. Aber zwei Arbeitsplätze. Bringt mir das nicht viel, ne? Lernen, nein. Kurse, ja. Methode, ja. Hm, ne, ne. Lass mal machen. Das bringen mir zwei Arbeitsplätze. Wenn ich eh nur einen... Ach, ne. Ich könnte dann einen hochladen und einen nochmal hochladen. Ich könnte viel mehr Videos machen. Stimmt. Ne, es soll erstmal hier reichen. Wir müssen echt erstmal hier, äh... Mit dem, was wir haben, zurechtkommen. So. Na, groß anhalten. Kann man später immer noch weitermachen. Ja, bessere Sachen aber eh nicht gekauft. So. So, so money, here more money. So, wir starten direkt mit einem Ladebildschirm. Dann machen wir noch eine Tanzbegrüßung. Ja, machen wir. Ja, machen wir. So, ähm... Lustiger Kommentar beim Ausschnitt ist immer gut. Erste Spiel, dann wie man das spielt. Ähm... Fachlicher Kommentar? und das gibt es gibt das gibt Punkt im Skript ähm ähm Hauptmenü sarkassischer Kommentar? ne absolut nicht Ah, okay, dann nicht ja äh ich hab meine ganze Energie für das Ende weggehört hm das ist jetzt noch mehr in die Hose als alles andere, was ich, glaube ich, hier zuvor gemacht habe. Scheinpfläster. Riesiger Scheinpfläster. Egal. Das war ein Experiment, Leute. Ich habe mal was Neues versucht und, ja, guck mal da im Fussel. Also, ich kenne einen Leute, die jetzt ablenkt. Tonic Samurai. Tonic Samurai. Muss man das kennen? Ich habe mir jetzt nicht irgendwelche Schlüssel hinzu. Tonic Samurai. Haben wir überhaupt noch was? Wir haben einen Kaffee. Wie der jetzt meinen Hunger stillen soll, weiß ich zwar nicht. Aber egal. Ich wünsche den kommen. So, wir gehen ein bisschen arbeiten. Dass wir überhaupt mal Geld reingehen, weil ich glaube, durch YouTube kümmern wir momentan echt nicht gut. Geld rein. Das läuft nicht. Das Geschäft läuft nicht mehr so. Ich muss umsteigen. Eieieieiei. Ja, da haben wir schon drei schlechte Kommentare diesmal. Ja, das ist, das ist, ich weiß, dass es schlecht gelaufen ist. Tut mir leid. Nein, tut es nicht. Nein, doch so was. Also, in welchem Leben würde es mir leid tun, wenn ich es aus irgendeinem Grund übelst verhunze, aber... Oh, da ist momentan ein ganz großes Interesse dran. Machen wir da nochmal ein Video. Ähm, ne, wenn ich es wirklich richtig böse wurde, es würde mir übelst leid tun, wenn ich es doch hochlade. Einmal ist mir sogar ein böser Fehler schon passiert. Hab hochgeladen mit einer total falschen, also total, total, total falschen Tonspur. Das ist mir zum Glück sehr, ähm, ja, sofort aufgefallen. Weswegen ich, äh, das direkt durch ein anderes Video ersetzt habe. So muss man es eigentlich nicht, ähm, ja, gemerkt hat, sag ich mal. So, es war eine, war eine Casual Friday-Folge, genau. Das weiß ich auch noch. Welche genau müsste ich jetzt, ehrlich gesagt, müsste ich lügen. Ähm, Hauptmenü, äh, 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 lustige Cooter? Ne, nicht so ganz, okay. Ähm, das ist eine einfache Aufgabe. Singen in der Kommentar. Okay, dann hört er diesen an. Ähm, sinnloser Kommentar. Wissen wir was von Skript und Sound? Der Sound ist bei mir echt immer, also der Sound bei mir ist geil, aber der Rest, ne? Äh, schaltet die Kamera aus. Die war ganz schwarze. Ja, ins schwarze Nichts. Oh, Cthulhu eure Seele fressen würde oder so. Ich frage mich, muss man eigentlich alle Schnipsel reinsetzen oder kann man sagen, nö, diese Schnipsel gehört nicht zu meinem Video. Diese Schnitzel, Schnitzel, ja, diese Schnitzel akzeptiere ich nicht. Mhm. Ja, macht Sinn. Alles klar, Cora, so. Interesse. Hä? Kann ich Interesse ganz hoch füllen? Die sind gelevelt. Ich habe es nicht gemerkt. Ah, was kriege ich hier? Erstere Eindrücke. Äh, andere sind mich nicht so abhängig. Die Aufrufe eines Spiels erhöht sich mit der Anzahl von Videoaufnahmen. Achso. Umso mehr Folgen ich von etwas mache, umso mehr Aufrufe. Äh, finde ich jetzt nicht so sinnvoll, aber ja, 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 ja. Machen wir mal. Nyan Cat. Wieso zur Hölle sollte ich die Nyan Cat einbauen? Oh, wir haben wieder 500? Wir haben das nicht gekriegt. Weil ich das auch hast. Leute, hallo? Wo ist das Geld her? Ich habe nicht heimlich nicht. Ob ich jetzt einen Bankwürfer gemacht? Hm. Ah, die Kommentare sind wieder normal. Mhm. Was ist das Spiel? Da geht es nicht mehr. Ist abgefahren. Ja, alles klar. So, essen wir nochmal was? Die sind Brot nochmal hinterher geschoben. Mhm. Mhm. So. Ähm. hier ist doch 100% verstegnet lassen wir mal so stehen aber eine fünfte folge kann nur gut verzeihung das ging ein wenig mit mir durch normales spiel und lustige kommentar und lustige kommentar dieses spiel ist fantastisch so und zum abschied abschied mit kuss wir haben die punkte machen das auch so es ist wieder mal zeit zum renn deon 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 interesse 22 warum steht der interesse geht hoch aber hier so ich hab ja bestimmt schon 200 videos inzwischen ok jetzt lese ich wieder was hoch ich krieg den hier einfach so sagen ist vor kurzem so ein spielfeld rausgekommen sagt mir das denn keiner können wir doch längst was anderes machen mensch leute ihr müsst mal hier ein bisschen mehr zwischen rufen hier was sache ist leute sonst wird das hier nichts ja das wäre jetzt der vorteil im live stream aber das ist eine sache die überlege ich zurzeit auch noch aber dafür fehlen mir noch ein bisschen äh ich sag mal die utensilien was ich nämlich unabdingbar finde ähm das ist einfach ein zweiter monitor ich hab zwar hier rumstehen aber ähm naja dazwischen müssen wir noch was in kabel ziehen oder das ist ein uralt monitor oder noch vga ansonsten was ich möchte und mein laptop ist leider ein bisschen modell ah der bezieht ab bitte ach einkaufen bitte einkaufen die kritik fällt gar nicht mal so schlecht aus bekomme ich immer irgendwie dieselben sprüche was ich so schade finde so als erstes holen wir uns mal ein bisschen wieder lebensmittel sonst verhungern wir hier ich hab 700 mensch da kann ich echt mal jetzt kann ich hier prassen jetzt hier ein bisschen salat ja ein bisschen hotdog und hamburger und spaghetti einmal energy drinks genau 100 so was ich aber auch noch wollte äh genau hier hin und so eine call of fury hallo gekauft man ich möchte mal dein pc halt die füße still oh wir haben heute die 75.000 abonnenten meine güte das ist schon da das ist schon da sehr schön lecker salat mhm hatte ich heute auch also ein leckerer salat ich weiß nicht ob man das jetzt direkt so verstanden hat wie ich es meinte weißt du so dann machen wir jetzt hier call of fury ja weil ich bin ich bin master und lustig hat hier einer von euch schon mal gelacht hat hier schon mal einer von euch gelacht ich hoffe nicht normales spiel ein bisschen was konstruktives ich reg mich über irgendwas auf ähm beides ist gleich bringt nur unterschiedlich dann machen wir das sparen ein bisschen wir brauchen noch ne wir haben nur noch den schluss pfff ok dann können wir aber hier abschließend mit kuss machen ne das sind noch mal gute punkte das ist auch mal oh ich sehe es noch gar nicht wieder qualmen ich krasse gleich aus ich glaub es nicht dann quatsch und riechner du fließt aber nicht und solltest es mir aufnehmen ja was denkst du machen hier gerade kann ich eigentlich das jetzt machen das einfach weglassen klar sind es punkte aber was passt denn dann so dazwischen hier wird es nicht so richtig bei den Sonsripsen ja mehr punkte eher dann machen wir so 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 neuer Code vom Inhalt her ein bisschen Level up hier sehr schön ey schon wieder reparieren was habe ich für eine Schrottenmöhre da ja ganz herrlich mal hier was soll denn der Kack also der Reparateur wer kommt denn da jetzt schon wieder nicht schon wieder mein dummer Zeitgenosse da mit Bewohnertype der hier meint ständig meine Sachen benutzen zu müssen regt mich auf ich brauche meine eigene Wohnung aber die kostet zu viel deswegen lassen wir es noch ja da siehst du das ist schon wieder das geht schon wieder mal rechnen ich glaub es ja nicht gern deinen eigenen verkackten Rechner Gott so wir gehen da nochmal schön ein yummy yummy machen dafür haben wir 13 Videos inzwischen das ist plötzlich das ist gerade ein Buchladen läuft würde ich sagen läuft wir essen trinken das reicht doch oh nur ein schlechter Kommentar äh haha Person YouTuber bin ich Batman Tara ist Batman wir waren letztens davor glaube ich schon jemand anderen der Batman war war es nicht sogar so viel Quentin Tarantino Taddeus ich bin Taddeus ich bin Taddeus du bist du weißt schon wer okay ähm ja wir haben jetzt endlich eine Million Aufrufe Mensch langsam musste mal hier der richtige YouTube Money kommen Leute was ist denn los komm schon hm ich bin hier ich bin Scooter King X Groß X ich weiß zwar nicht ob man versteht wenn ich so rede aber ich versuch's mal ja ich bin Scooter King X Groß X und ich mache jetzt voll den ersten Kommentar weil boah ich spiele da das Bild schon immer so lange boah ich hab meinen letzten Kill gemacht und da mache ich einen ganz professionellen Kommentar weil ich bin voll hier Shooter Profi Typ Ladebildschirme ich hasse Ladebildschirme ich bin mal direkt wütend hier und schmeiß in den Kontrolle durch den Raum ja geht aber gar nicht Ladebildschirme wir hätten das erfunden die Offen Spiele reinzubasteln neugierigen Zweck okay eine Energie noch oh ich hab den Winken Abschied zum Glück zum Glück hab ich den Winken Abschied so ähm da kann ja nur das kommen da kann nur das kommen sieht doch schon mal nicht oh wir haben ja richtig boah ich find's grad ganz gut von den Punkten ne find ich echt gut welcher Fokus noch rein das könnte ja mal werden ja Inhalt gut Video Qualität gut Nachbearbeitung ein nicht ganz schade 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 kein neu Rekord aber ich glaub das Video das Video wird jetzt ein Renner jetzt mach ich jetzt 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 mach ich ne Million mindestens ne Million sag ich euch ne Million so dürfte dann auch mein Jahr mal 50 ins Video sein aha langsam geht's hier ab baby YouTube Money kriegt dann eigentlich auch YouTube Partnerkräfte wenn ich weiß ich nicht Level 500 erreiche vielleicht kann ich mich dann durch meine eigene Wohnung teleportieren cool wär's YouTube Partnerkräfte in diesem Spiel ich glaub es hat noch kein Spiel was YouTube als Thema hat das irgendwie aufgenommen jetzt wüsste ich keins wie gesagt dieses andere dieses You Blogger oder ich weiß nicht genau was heißt ich glaube Konglet's Playtas momentan auch auf YouTube jetzt hab ich da irgendwas gesehen er hat aber nicht einen Titel den Namen des Spiels was eigentlich sonst immer hat fällt mir gerade auf jedenfalls spielt er da den netten Herrn Apothek das hab ich noch halbwegs mitbekommen Call of Fury ist das beste Spiel das ich je gespielt habe das Spiel ist echt angesagt zur Zeit ich kann nicht glauben dass ich wieder selbst dann ist ja okay alle kleine Kiddies hier sag ich euch alle kleine Kiddies Mama soll offenen den hier wir können bewerben was können wir wie bewerben wir jetzt ist es rum Hashtag Revlink kann ich nicht Hashtag weiß keiner hat wahrscheinlich was mit Immunaten zu tun womit haben wir auch nichts zu tun also kommt ja Leute kommt das muss was mit Immunaten zu tun haben so das dauert echt ewig mit diesen Kursen die ich gemacht habe aber gut jetzt hoff es lohnt sich am Ende weiß ich doch Abonnenten oh Gott wie nennen es 100.000 ich möchte mal kurz gucken ja wir sind immer noch wahrscheinlich Platz 10 Millionen ähm 315.000 achso das sind Abonnenten glaube ich ja Abonnenten 315.000 müssen wir überholen theoretisch wie kommen wir ok 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 was ist das das hier Netzwerk ah ok Luxuswohnung erforderlich ok wir müssen erst eine Luxuswohnung Whitebands klingt nicht so ähnlich wie eine andere äh ok Total Media Division Line Tube ok Gewinn ungefähr Einnahme 1000 Aufruf ok monatliche Ziele ach ich habe sogar Ziele Schutz vor oh Gott ich gebe mir sogar Schutz was hier VIP hat das so wichtigen Events Business Club ok also anscheinend müssen wir jetzt auch von Niedrigung zu hören durcharbeiten ok verstehe hab ich das auch mal gesehen ist ja nicht so dass man sich so was mal zum Anfang anschauen sollte ähm ähm ja Quatsch kann ich eigentlich die Zeit irgendwie beschleunigen ne hier mache ich nur Pause das wird gut wie man selber hier noch irgendwie oh kann man scheinbar ich glaube ich habe es gar nicht gemacht aber ich weiß nicht genau was passiert bin ich einfach bin ich einfach nur für ein Typ ok ähm Bude von Honeypeace ok ähm hier lassen wir uns leider wieder sein das dauert eh noch ewig und gehen wir wieder ein bisschen einkaufen wir haben 800 Leute wo ist das Geld hier was incomprensible turtle ach so ok ah ja ich verstehe intelligent mutant mhm Piraterie naja das holen wir uns ähm kaufen und wenn wir gerade so viel Geld haben ich muss einfach mein PC mal hier wieder ein bisschen ne kann nicht einfach sein das ist hier so hier noch ständig kaputt das ist unglaublich 390 ok machen wir ist ok ist ok dann noch ein bisschen kleine Sachen hier ähm ja vielleicht die Abonnenten die sollten mehr Videos machen bla 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 ok ja ein bisschen bisschen zauern gibt es ein besseres Schnittprogramm ne da habe ich schon das Beste ok dann kaufen vielleicht für 500 das ist irgendwie so eine Glückszahl von mir ja schon mit 12 geworden ich weiß na öffnen tada ein neues Spiel yay aber wir warten jetzt auf die Ausrüstung würde ich sagen äh da kommt wieder so ein Mittelwunder der von so ein System hier benutzen will ey ich upgrade grad mein System geh mal weg da zick ich wundere es ist lange hier schon ein King King Event Mac haben irgendeine Convention oder weiß ich was war glaube ich das letzte oder ja dann ne müssen wir uns immer ausruhen eindeutig ähm damit verfitzeln wir die nächste Aufnahme so man hat so ja bizarr Handgun ok so Essen was haben wir denn leckeres wir haben Spaghetti Hamburger haben wir jetzt einen fetten oh ich war auch nicht der von Hamburger jetzt in Hamburger so Spielausbildung wir haben ja ein tolles neues Spiel bekommen was heißt bekommen gekauft wollen wir doch direkt mal loslegen ne so genau Pop-Schutz haben wir ok vorsitzen Inkompeten oder Turtle 1942 jetzt weiß ich was der Titel bedeutet ach Mensch jetzt ist mir ne jetzt fehlt es mir die Schuppen von den Augen Ladebildschirm ne ne Ladespiel wenn der Tanze begrüßen vielleicht ja doch ja ein bisschen ist ok unnustige Kommentar weil wir sind einfach mal unnustig singender Kommentar ich kann es auch nicht singen aber irgendwie muss ich meine Zuschauer quälen äh ernster Kommentar ja wir rast nicht so aus bevor es Spiel startet ist ok ist ok du hast alles zerstört äh ok hab ich halt alles mal zerstört ne so hier können wir bloß noch einen lustigen Kommentar lassen und dann sind wir auch schon durch wir haben noch jede Menge Punkte ich kann es mir jetzt aussuchen Verabschiedung mit Kuse hm mit Kuse boah wir haben richtig viele Punkte drauf alter wenn das jetzt nichts wird dann 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 wird das nichts würde ich sagen da müssen wir was machen da können wir das machen und da das jo gut gut wir müssen das und dann und 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 was machen wir noch was ist das Skript ich möchte da fühlst du einen Punkt ich könnte so machen ja das machen wir auch das ist nicht so hoch aber die Videokredit und die Nachbearbeitung da machen wir jetzt hier wir machen da ein Ding draus da so und falls ihr wissen möchtet wie gut dieses Video ankommt dann müsst ihr wohl in der nächsten Folge anschauen denn jetzt mache ich einen Aufnahmestopp Cliffhanger oder wie man das nochmal nennt ja ich hoffe euch hat es auf jeden Fall gefallen falls ja ihr kennt die Buttons denke ich mal auf YouTube inzwischen schon recht gut einfach euch mal ein bisschen da durch klickern ne so klick klick äh klick klick genau so und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge see ya damit herzlich willkommen zu Endcard wir haben uns in der neuen Wohnung schon ein bisschen eingelebt bis jetzt wo es langläuft haben fast die ersten 100.000 Abonnenten ich denke mal in der nächsten Folge werden wir es auch schaffen also von daher es läuft und YouTube money fließt so Leute falls ihr die letzte Folge verpasst habt einmal links nehmt das hübsche Bildchen von mir ja von mir mehr oder weniger und unten drunter verlinke ich euch meine letzten Casual Friday Folge von daher jede Menge zu schauen falls ihr noch nicht gesehen habt schaltet gerne mal rein ist ganz lustig macht Spaß macht Laune tut es euch an oder auch nicht wie ihr wollt und ansonsten falls euch das Video gefallen hat lasst gerne einen Daumen da über Bewertungen im Kommentarbereich oder Kritik solange sie konstruktiv ist freue ich mich auf jeden Fall auch und falls ihr auch in Zukunft nichts mehr verpassen wollt einmal kräft ihr auf den Abo-Button gedrückt der steht drauf bis dahin Leute zockt denn das macht Spaß ein das macht это das macht ich sie sehr têm ich ich sie 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 Vielen Dank.